Herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Ich bin immer noch Daniel Schumacher, wie man sieht. Und die nächste Band, die wir euch jetzt vorstellen, die haben sich 2000 in Südafrika gegründet und heißen Prime Circle. Und die werden unglaublich mit Three Doors Down auf Tour gehen. Und was die so machen und so treiben, seht ihr jetzt. Prime Circle gehören zu den erfolgreichsten Bands in Südafrika. Ihr aktuelles Album, Jekyll and Hyde, wurde bei den südafrikanischen Music Awards als bestes Rockalbum des Jahres ausgezeichnet. Gute Voraussetzungen, um im Februar, März 2012 gemeinsam mit Three Doors Down die Hallen zu rocken. Prime Circle ist in erster Linie eine Band, der Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und so viel wie möglich live zu spielen. Wir machen das ja jetzt schon auch eine lange Zeit. Wir kommen regelrecht auf Entzug, wenn wir mal nicht spielen. Wir wissen gar nicht, wer wir sind, wenn wir nach Hause zurückkommen und ein normales Leben führen. Das ist schon sehr tricky, aber am Ende ist es einfach das Beste, auf die Bühne zu gehen und einige Songs rauszuhauen. Und auf einer Bühne standen sie auch, als sie von der Auszeichnung erfuhren, die sie eingeheimst haben. Sie spielten gerade ein Gig in Deutschland beim My City Festival in Fassberg. Dass sie mit dem Award sogar unsere Freunde von The Parletons ausgestochen haben, trifft uns sehr. Aber es setzt gleich die Vorfreude höher, die Band im kommenden Jahr auch persönlich kennenzulernen und sie bei uns im Studio akustisch performen zu lassen. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist das die Zeit, in der ich mich richtig sicher fühle. Das sind die Momente, wo ich wirklich ich bin, keiner mich kritisieren kann. Ich meine, ich war nie besorgt, dass jemand die Musik nicht mag. Es ist einfach etwas, was total passt. Wenn wir auf der Bühne stehen, wollen wir die Massen so gut wie möglich mitnehmen. Wir sind wohl wie die meisten anderen Bands auch eine Band, die auf die Energie der Massen abfährt. Wenn du diese Spannung unter den Zuschauern spürst, wenn sie feiern und bei den Songs mitsingen, dann steigert sich das einfach. Ein richtiger Adrenalinrausch. Und wie das aussehen kann, beweist dieser kleine Ausschnitt des Songs Bring Us Down. So way back when before, when that chaos wasn't quite so hard to bear with anymore. When things were so simple, and times were not so fast. It all comes down to just one moment, and how it was surpassed. Prime Circle sollte man sich also auf die Liste setzen, welche Band man in 2012 mal auschecken sollte. It all comes down to just one moment, and it won't stop with you.